Hey, ich bin Rebecca von T-Vape Deutschland. Lass mich dir in diesem Video zeigen, wie du deinen FocusVape Vaporizer sauber und in Stand hältst, um stets eine gleichbleibende Dampfqualität sicherzustellen. Du benötigst folgende Materialien. Eine mit 40% Wasserfürdente Zeus Purify Reinigungslösung, frisches Wasser, Papiertücher, Zeus Grime Sticks und die mitgelieferte Reinigungsbürste. Der FocusVape ist super einfach zu reinigen. Am wichtigsten sind das Mundstück und die Heizkammer. Um die Heizkammer zu reinigen, bricht das markierte Ende eines Zeus Grime Sticks ab, lass den im Stick enthaltenen Alkohol hineinträufeln und wisch das Innere gründlich damit aus. Schalte deinen Vaporizer nach einer Minute an und lass ihn ein paar Mal auf höchste Temperaturstufe durchlaufen. Entferne das Mundstück vom Träger und weiche es eine halbe Stunde lang in verdünnter Zeus Purify Reinigungslösung ein. Nutze dann einen Zeus Grime Sticks, um den Filter und den Träger des Mundstücks zu reinigen, spüle die Teile aus und trockne sie ab. Wir empfehlen, nach jeder Nutzung den Heizkörper mit der Reinigungsbürste auszuwischen, um eventuelle Rückstände zu entfernen und deinen FocusVape auf die nächste Session vorzubereiten. Außerdem raten wir, je nach Nutzungsgrad die Filter monatlich zu wechseln. Das war's. Ich bin Rebecca von T-Vape Deutschland. Danke fürs Zuschauen. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinem FocusVape Vaporizer.